Ja, hallo meine Lieben, heute ist es endlich soweit. Ich kann euch endlich von der geilen Aktion erzählen, die wir seit Monaten geplant haben. Mit wir meine ich die Rebecca Flöter, die Mina, mich und natürlich Lanco. Denn zusammen suchen wir die nächste YouTube-Generation, den nächsten YouTube-Star. Ich mache das Bewussten mit den Gänsefüßchen, weil Star ist halt so ein relativer Begriff und da bin ich eher vorsichtig mit. Aber so heißt die ganze Geschichte nochmal. Ich erzähle euch immer ganz kurz, was es überhaupt geht und was es zu gewinnen gibt und wie ihr mitmachen könnt und so weiter und so fort. Die Idee dahinter ist, dass es entweder einen neuen YouTube-Kanal gibt oder ein bereits bestehender YouTube-Kanal von Lancome gefördert wird. Unter anderem sponsert Lancome euch Produkte. Unter anderem bekommt ihr natürlich auch ein ganz tolles Equipment bestehend aus, ich meine, einem MacBook Air, einer Canon-Kamera und natürlich einem Schnittprogramm. Final Cut nennt sich das mal nicht. Ihr werdet auf Lancome-Events eingeladen und so weiter und so fort. Also das ist ein ziemlich großes Bündel. Ihr werdet da gefeatured und bekommt Coaches und Training und wirklich eine Menge an der Hand. Also alles, was wir uns mühsam in den letzten fünf Jahren haben aneignen müssen, bekommt ihr tatsächlich. Ihr werdet an die Hand genommen und das macht es natürlich sehr viel einfacher. Ja, wenn ihr darauf Bock habt. Zu gewinnen gibt es nicht nur das Equipment, sondern auch noch eine Reise nach Paris für ein ganzes Wochenende. Und der Gewinner fährt nicht nur alleine, sondern der Gewinner-Coach kommt also mit. Wir drei, wir YouTuber, sind nämlich nach dieser Runde eure Coaches und werden euch durch die bevorstehenden Aufgaben führen. Und euch natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sei es, wie man was schneidet, wie man das Licht aufbaut, wo, wie, was, wo kriegt man Musik her. Also all solche Fragen, die werden wir euch dann beantworten und euch auch natürlich unterstützen, weil wir wollen ja schließlich auch gewinnen. Ja, seid das Gewinner-Team und bewerbt euch bei mir. Unter allen, die sich jetzt für diese Aktion bewerben werden, außerdem noch 100 von den neuen Lip-Loveren verlost. So, Voraussetzung für diese ganze Geschichte ist unter anderem, dass du 18 Jahre alt bist, denn du wirst viel reisen und da ist es erforderlich, dass du schon volljährig bist. Jedes Team startet mit fünf Kandidaten und ich suche jetzt meine fünf. Die erste Aufgabe, die ich euch stelle, ist, zeige mir deinen Style. Ich will sehen, wer du bist und was du machst und alles. Du hast Zeit, zwei Minuten. Was du mir zeigst, spielt keine Rolle. Du kannst ein Outfit posten, du kannst ein Outfit of the day machen, du kannst ein Haul machen, du kannst... Sei kreativ. Zeig mir einfach nur deinen Style. Bist du eher sportlich, bist du eher elegant, was auch immer, ich möchte es sehen. Sag mir, wo du herkommst, sag mir, wer du bist, wie alt du bist, etc. Also all solche Informationen, die wären schon ganz nett zu wissen. Das Video sollte allerdings nicht länger als zwei Minuten sein, denn ich muss ja alles gucken. Also halte dich kurz und knackig. Ganz wichtig für das Bewerbungsvideo ist ein Hashtag, sonst kann ich dein Video nicht finden. Schreibe also diesen Hashtag hier in deinen Videotitel und auch unten in die Tags rein. Das wäre ganz, ganz toll. Schreibe ihn einfach überall rein, damit ich dein Video finden kann. Zur Sicherheit kannst du das Video natürlich auch auf meiner Facebook-Seite posten oder mir das auf Twitter schreiben oder auf Instagram irgendwie verlinken. Also ich bin ja überall tätig und wenn du mir dein Video irgendwie schon direkt weiterleiten würdest, wäre das natürlich auch sehr nett von dir. Du findest alles, alle Informationen nochmal hier unten in der Infobox und natürlich auch auf der Facebook-Seite von Lancome. Alles, wie gesagt, verlinkt unten hier im Infobereich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ihr habt Zeit bis zum 11. Mai und kurz darauf werde ich euch auch schon meine Top 5, meine Kandidaten verkünden in dem nächsten Video zu dieser Aktion und werde euch auch die nächste Aufgabe stellen. Ja, ich hoffe, ihr habt richtig Bock auf die Aktion. Wir sind auf jeden Fall schon richtig heiß drauf, dass es endlich losgeht, weil wir jetzt schon so lange daran rumtüfteln. Und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Sammelt schon mal Ideen, bewerbt euch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald! Bis bald!